Wie sieht nächstes Jahr Real Madrid Kader aus? Das ist aktuell ein sehr heißes Thema, denn sehr viele Real Madrid Spieler haben den Verein verlassen und es herrschen wirklich Lücken im Kader. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich im heutigen Video gemeinsam mal mit euch den aktuellen Kader anschaue und anschaue, wo gibt es Lücken und welche Spieler könnten zu Real Madrid kommen und wären sie überhaupt sinnvoll. Dementsprechend bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Lasst uns jetzt aber direkt mit dem Video anfangen. Fangen wir mal mit dem Torwart an. Im Tor haben wir Courtois. Courtois ist mit Abstand die Nummer 1 in Madrid und wird es auch so bleiben. Der Typ ist für mich aktuell der beste Torhüter der Welt. Ich möchte ihn gar nicht ersetzt haben. Ich finde ihn komplett perfekt. Er rettet uns wirklich von Season zu Season aktuell. Der Typ muss bleiben und so sieht es auch Real Madrid. Er wird bleiben. Es gibt da nichts zu diskutieren. Der zweite Torhüter ist aktuell Lunin und bei Lunin ist es offen, ob er bleiben wird oder nicht. Weil einerseits möchte er gerne bei Madrid bleiben. Andererseits ist es aber auch so, dass er zu wenig Einsatzzeit bekommt. Das liegt nicht mal unbedingt daran, dass er schlecht ist oder sonst was, sondern einfach wirklich, dass Courtois die Nummer 1 ist. Und bei Madrid ist es nicht so, dass jetzt jedes zweite Spiel oder so der Torhüter gewechselt wird. Der erste Torhüter spielt gefühlt wirklich jedes Spiel. Selbst jetzt, nachdem es in der Liga um nichts mehr ging, hat immer Courtois gespielt und nicht Lunin. Lunin ist ja noch jung und deswegen kann man verstehen, falls er wechseln sollte. Das ist aktuell noch offen, ob er nächste Season wirklich noch da ist oder nicht. Falls er gehen sollte, wird natürlich Real Madrid einen neuen Torhüter holen. Aber sehr wahrscheinlich laut Gerüchten einen alten, damit er einfach cool damit ist, wenn er nicht spielt und wirklich nur eingesetzt wird, wenn Courtois verletzt ist oder eine Pause braucht. Gehen wir weiter zum Rechtsverteidiger. Da haben wir Dani Carvajal, der ist klar die Nummer 1 und wird es auch nächste Season bleiben. Bei Carvajal gibt es immer wieder mal Kritik, dass er bei den Top-Spielen nicht schnell genug ist, was ich auch teilweise verstehen kann. Teilweise performt er aber auch, wenn es eben Gegenspieler sind, die nicht so schnell sind. Im Hinspiel gegen Manchester City haben wir das gesehen, da hat er Grealish sehr, sehr gut verteidigt. Aber wir haben auch schon Spiele gesehen wie gegen Barcelona, wo er sehr, sehr schwach ausgesehen hat gegen die schnellen Spieler von Barca. Nichtsdestotrotz wird er nächste Season Stammspieler sein, das ist klar. Er hat noch Vertrag und, was man auch bedenken muss, Real Madrid hat Geld und will es auch ausgeben. Aber die Rechtsverteidigerposition ist nicht die wichtigste, deswegen wird es erstmal noch so bleiben. Ich persönlich finde es aber nicht so schlimm, da ich Dani Carvajal, wie gesagt, als guten Spieler sehe. Den kann man noch 1-2 Jahre gut brauchen. Als Ersatz für Carvajal kann man auch Vazquez nehmen. Bei Vazquez ist es aber auch so, ähnlich wie bei Lunin, es besteht die Option, dass er gehen könnte. Aber auch ohne Vazquez hat man an sich genug. Man hat noch einen Odio Sola, auch weil es bei ihm auch so aussieht, dass er gehen könnte. Aktuell hat man ihn noch. Man kann auch noch einen Militao rechts spielen lassen. Militao hat auch als rechter Verteidiger schon öfters gespielt bei der Brasilianischen Nationalmannschaft. Dementsprechend für ihn ist das kein Problem. Und im Notfall, man kann immer noch einen Linksverteidiger auch mal rechts spielen lassen. Oder einen Alaba, der zwar eigentlich Innenverteidiger ist, aber auch schon mal linksaußen gespielt hat. Und den kann man auch mal für gewisse Spiele rechts hin tun. So ist es nicht. Weil Werde könnte man theoretisch sogar auch noch als Rechtsverteidiger spielen lassen. Hat er mehr oder weniger mal, beziehungsweise ist er schon öfters vom Mittelfeld nach hinten rechts gegangen, um Carvajal auszuhelfen bei den Topspielen. Dementsprechend dem ganz großen Notfall kann man ihn auch spielen lassen. Dementsprechend für mich persönlich ist rechts definitiv ausgesorgt. Kommen wir jetzt zu den Linksverteidiger. Dort ist aktuell noch Mundi, Stammspieler, wenn er gesund ist. Bei ihm gibt es oft die Probleme, dass er eben verletzt ist. Was definitiv ein Hindernis ist. Und bei den Topspielen hat er immer mal wieder einen Patzer. Weswegen Real Madrid nicht mehr wirklich an ihn glaubt. Er gehört auch zu den Spielern, die noch verkauft werden könnten. Da müsst ihr euch jetzt aber nicht großartig Sorgen machen. Denn wir haben schon einen neuen Transfer bestätigt. Und zwar Fran Garcia. Er wird von, ich glaube die Mannschaft hieß Rayo Vallecano, zu Real Madrid wechseln. Er ist ein extrem guter Spieler. Er war dort wirklich mehrfach der beste Spieler immer. Ancelotti etc. schwärmen von ihm. Er wird als Linksverteidiger nächste Season grundsätzlich sehr wahrscheinlich sogar gesetzt sein. Wenn Mundi geht, klar Stammplatz. Aber auch wenn er verletzt sein sollte, hat man immer noch genug Auswahl. Wir haben einen Alaba, der früher sogar Linksverteidiger war. Wir haben einen Kammerwinger, der diese Season öfters schon als Linksverteidiger agiert hat. Und das teilweise wirklich überragend gemacht hat. Klar hatte hin und wieder mal kleine Fehler. Aber im Grundsätzlichen macht er das verdammt nochmal gut. Und auch das, was ich schon vorhin bei der Rechtsverteidigerposition gesagt habe. Man kann Rechtsverteidiger im Notfall auch links spielen lassen. Also man hat links und rechts meiner Meinung nach keine Probleme. Grundsätzlich muss man da niemanden mehr holen. Es gibt aber auch Gerüchte, dass ein Davis oder so kommen könnte. Davis ist auch für mich persönlich ein sehr, sehr guter Spieler. Ich persönlich sehe es aber jetzt nicht so, dass es jetzt schon extrem wichtig ist, ihn zu holen. Da gibt es andere Positionen, wo ich es definitiv sinnvoller finden würde, wenn man dort erstmal Spieler holt. Falls man auch Geld hat und sich Davis noch leisten kann, dann kann man ihn an sich schon holen. So ist es nicht. Gehen wir nun zu der Innenverteidigerposition. Ich nehme jetzt gerade beide rechts und links. Grundsätzlich muss man hier auch niemanden mehr holen. Man hat ein Militao, ein Rüdiger und Alaba. Drei Verteidiger, die definitiv zu den stärksten Verteidigern der Welt gehören. Militao, unglaublich. Rüdiger hat Haaland komplett gestoppt. City hat uns zwar zerstört, so ist es nicht. Aber Rüdiger hat Haaland komplett aufgehalten. Haaland hat kein Tor geschossen gegen Madrid. Seine Aufgabe in dem Sinne hat er erfüllt. Alaba ist so ein intelligenter Spieler und ist schon jetzt ein Leader in Madrid. Obwohl der erst seit so kurzem da ist. Das heißt, diese drei sind grundsätzlich die Stammspieler. Bei Nacho war es sehr lange unklar, ob er verlängern wird oder nicht. Es sieht aber aktuell wieder danach aus. Dementsprechend hat man vier Verteidiger in zwei Positionen. Das heißt, du kannst beide mal austauschen. Und im ganz großen Notfall hat man noch einen Vallejo. Bei dem ist zwar unklar, ob er noch bleiben wird oder nicht. Aber auch wenn er nicht da ist, hat man noch einen Linksverteidiger, einen Rechtsverteidiger, den man innen packen kann. Deswegen verteidigungstechnisch, Torwarttechnisch ist aus meiner Perspektive ausgesorgt. Kommen wir jetzt zum Mittelfeld. Und da ist es komplett ausgesorgt. Kann ich jetzt schon sagen. Meiner Meinung nach mit, wenn nicht das stärkste Mittelfeld aktuell in der Welt. Wenn man diese Namen hört. Ob sie zusammen auch am stärksten performen, ist natürlich noch eine andere Sache. Aber von den Namen her hat man komplett ausgesorgt. Fangen wir erstmal mit Modric und Kroos an. Modric und Kroos werden noch eine Season bleiben. Danach sieht es so aus, als würden sie mit dem Fußball aufhören. Aber jetzt für die nächste Season haben sie beide Legenden. Und was soll ich sagen. Kroos hat diese Season gut performt. Modric auch. Klar merkt man, es wird immer wie mehr, dass sie mal ausfallen. Aber insgesamt spielen sie noch genug. Vertraut mir, die spielen wirklich sehr oft und auch sehr, sehr gut. Kroos, seitdem jetzt Kasimiro weg ist, spielt auch öfters mal in der 6. Position. Und das macht er grundsätzlich sehr, sehr gut. Hat sogar Spiele gehabt, wo es ausgezeichnet gemacht hat. Modric immer gut. Gut, man muss sagen, das letzte Season war weniger stark als die vorherigen. Aber grundsätzlich Modric immer noch ein extrem wichtiger Spieler. Und das Wichtigste bei den beiden, die sind Vorbilder für die anderen Mittelfeldspieler. Denn sie haben so viel Erfahrung. Und das merkt man. Und diese Erfahrung ist nicht zu unterschätzen. Diese Erfahrung hat uns vor kurzem den Champions League-Titel gebracht. Diese Erfahrung ist nicht zu unterschätzen. Nochmal. Also wirklich. Doch neben Kroos und Modric müssen sich die anderen Namen, meiner Meinung nach, definitiv nicht verstecken. Wir haben einen Kamawinger, der meiner Meinung nach diese Season komplett durch die Decke gegangen ist. Der ist wirklich aufgegangen. Und der kann immer noch mehr aufgehen. Aber diese Season hat es endlich geschafft, wirklich so auffällig zu werden. Krass zu sein. Stammspieler zu sein. Von Anfang an zu spielen. Vor zwei Jahren war es zwar schon so, dass wenn er reingekommen ist, er performt hat. Aber er hatte oft Probleme zu starten. Dieses Problem wurde jetzt mit dieser Season gelöst. Er macht das wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir noch Valverde. Und bei Valverde ist es sehr, sehr interessant. Denn in dieser Season hatte die erste Hälfte so gut gespielt, dass Kroos gesagt hat, er gehört aktuell für mich zu den Top 3 der Welt. Und das war für mich auch so. Der war so stark, das glaubt ihr nicht. Der hat wirklich performt wie ein Monster. Dieser Valverde war nicht zu stoppen. In der zweiten Hälfte ist er dann komplett gestürzt und hat nicht mehr so performt. Hat noch einzelne Spiele gehabt. Aber von den Leistungen her nicht mehr zu vergleichen mit der ersten Hälfte. Das lag aber natürlich auch daran, dass er privat Probleme hatte. Seine Frau war schwanger und es hieß, dass sein Kind vielleicht sterben könnte. Was ihn sehr belastet hat. Was man aber natürlich auch verstehen kann. Und seitdem konnte er da nicht mehr wirklich wieder einfinden. Aber ich zweifle null an Valverde. Der Typ kann es und will es auch. Das merkt man auch, wenn man Interviews oder diese Dokumentation, die Real Drop anschaut. Der Typ ist motiviert. Deswegen, ich zweifle null an ihm. Der wird wieder in seiner Form finden. Und sonst, wen haben wir noch? Wir haben noch einen Chuamini, der auch erste Hälfte super gespielt hat. Zweite Hälfte leider nicht mehr. Was natürlich auch daran liegt, dass er sich verletzt hat und nicht mehr wieder gefunden hat. Aber ich habe wirklich in der ersten Hälfte des Seasons ein Spiel live gesehen. Ich war in Madrid und habe das Spiel gegen Betis geschaut. Und da hat Chuamini so performt, dass es nicht mehr normal ist. Der Typ ist ein Monster und hat wirklich jeden Ball, er obert etc. Bälle gespielt. Er ist wirklich für mich persönlich ein guter Ersatz für Casemiro. Und sonst, wen haben wir noch? Wir haben noch einen Ceballos, wo man noch nicht weiß, ob er gehen wird oder nicht. Aber der hat diese Season teilweise wirklich sehr gut performt. Und als Backup-Spieler funktioniert er komplett. Und, wie wir schon zu 99% haben, ist Bellingham. Man wird sehr wahrscheinlich Bellingham holen. Es kann schon sein, dass, wenn ich jetzt dieses Video droppe, es schon offiziell ist, dass er kommt. Und mit offiziell meine ich, dass Real Madrid das gepostet hat. Denn offiziell ist es schon in dem Sinne von Dortmund. Weil Dortmund so ein Verein ist, wenn sie Transfers tätigen oder Spieler verkaufen, müssen sie das angeben. Und so kam es jetzt eben heraus, dass sie Bellingham verkauft haben für 103 Millionen. Mit Bonus bis zu 30 Millionen, glaube ich, waren es. Und was soll ich zu Bellingham sagen? Der Typ performt. Ich schaue jetzt nicht jedes Dortmund-Spiel an. Aber ich habe ein paar Spiele geschaut. Ich habe ein paar England-Spiele geschaut. Öfter schaue ich Highlights. Und alles, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, war fantastisch. Der Typ kann es. Der Typ ist ein Leader. Natürlich kann er dieses Leader sein, was er aktuell in Dortmund ist oder hat, nicht in Madrid direkt sein. Das geht nicht, weil du hast Modric, du hast Kroos. Die sagen, calma, calma, entspann dich erstmal. Du kannst nicht direkt kommen. Aber er wird trotzdem sehr, sehr viel lernen. Und May beschafft es wie ein Alaba, relativ schnell ein Leader zu werden. Er kann auf jeden Fall von den Größten lernen. Und der Typ ist, was ist er, 1920 ist er, glaube ich. Er ist extrem jung. Mit Kamawinga, mit Valverde, Chouamini werden sie in Zukunft meiner Meinung nach gut besetzt sein. Dementsprechend, ihr habt jetzt alle Mittelfeldspieler gehört. Die sind krass. Der Almadet muss sich Mittelfeldspieler technisch nicht mehr Sorgen machen eigentlich. Auch wenn nächste Season-Mode schon groß gehen und das natürlich schon ein Verlust ist, sind sie grundsätzlich jetzt erstmal für diese Season, die kommt, gut besetzt. Kommen wir jetzt aber zu den Baustellen. Zu den Positionen, wo man direkt merkt, okay, da fehlen Spieler. Gehen wir erstmal zum linken Flügel. Da haben wir Vinicius. Und sonst niemanden mehr. Im rechten Flügel haben wir Rodrigo. Und sonst niemanden mehr. Und im Sturm haben wir eigentlich niemanden mehr. Außer man will Alvaro Rodriguez, der zwei, drei Spiele diese Season gespielt hat, mit dazunehmen. Ansonsten hat man niemanden, denn diese Season sind Hazard, Asensio, Mariano und, wahrscheinlich der größte Verlust, Karim Benzema gegangen. Man hatte schon Lücken meiner Meinung nach diese Season. Offensiv. Jetzt aber sind die Lücken komplett da. Es ist aber auch klar, dass Real Madrid jetzt nicht nächste Season startet, nur mit einem Vinicius und Rodrigo. Natürlich können die beide auch ihre Positionen switchen, aber das wird nicht passieren. Und klar kann man einfach Werder oder so im rechten Flügel starten. Oder ein Schibais im linken Flügel, wie wir es auch vor kurzem hatten. Aber das wird es natürlich nicht sein. Doch jetzt kommen wir zu dem, was ich am Anfang vom Video angesprochen habe. Ich möchte mit euch jetzt über die Spieler reden, die nächste Season kommen könnten. Als allererstes ist Brian Diaz zu erwähnen, der offensiv eigentlich überall wirklich spielen kann. Außer im Sturm. Sturm würde ich hier jetzt nicht aufsetzen. Aber im rechten, linken Flügel, ZOM, Mittelsturm kann man den Mann brauchen. Ob er jetzt aber auch bei Real Madrid bleiben wird, ist aktuell unklar. Klar ist nur, er wird kommen und da wird man dann schauen. Aber er könnte auf jeden Fall ein Spieler sein, der nächste Season gesetzt ist. Und ab jetzt kommen wir zu den wirklichen Gerüchten. Denn es werden aktuell wirklich 1000 Namen genannt. Und es müssen mindestens eigentlich 2 Spieler offensiv kommen. Ein Spieler, der als Karim Benzema als Satz gesehen wird, ist Harry Kane. Harry Kane für mich ein exzellenter Stürmer. Das ist eine Maschine. Der Typ trifft und trifft und trifft. Er hat glaube ich in seinem Leben noch nie einen Titel gewonnen. Was halt einfach daran liegt, dass er bei Tottenham ist. Und bei Tottenham es irgendwie ein Fluch ist, Titel zu gewinnen. Das ist kein Front an Tottenham oder sonst was. Ich mag Tottenham. Aber irgendwie was Hitler betrifft, sind sie nicht wirklich stark. Und er könnte jetzt halt wirklich kommen. Problem, was Real Madrid sieht und auch ich, ist halt wirklich die Ablösesumme. Denn Kane ist sehr, sehr teuer. Er hat aktuell nur noch ein Jahr Vertrag. Und trotzdem verlangt man teilweise bis zu 150 Millionen. 130 habe ich auch schon gehört. 100 Millionen. Und das ist schon sehr, sehr viel Geld. Natürlich holt man sich einen Top-Stürmer, weil er ist immer noch 29 Jahre alt. Und hat nur noch ein Jahr Vertrag. Und dafür sind 100 Millionen für mich schon sehr, sehr viel. Vor allem, wenn es dann über 100 Millionen sein sollten. Mit Bonuszahlungen etc. Das ist mir ehrlich gesagt zu viel. Aber er muss was holen. Und Harry Kane ist was Sicheres meiner Meinung nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht performen wird. Es kann natürlich sein, dass er jetzt nicht so performt wie in England. Aber grundsätzlich sollte er seine 20 Tore in der Season schaffen. Und das ist an sich in der Liga ausreichend. Denn man hat immer noch einen Vinicius, einen Rodrigo. Der nächste Season noch mal mehr wird geben. Er ist sicher für die nächsten 3-4 Jahre. Und das ist grundsätzlich ausreichend. Denn danach sollte das Ziel Mbappé oder Erling Haaland sein. Das ist klar. Der Amatit schaut nur auf diese zwei Spieler. Es soll einer von denen werden. Und ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass einer von denen irgendwann mal kommen wird. Aber es ist halt klar, dass es aktuell nicht passieren wird. Weil beide haben noch einen laufenden Vertrag. Und sind einfach teilweise zu teuer. Und wollen vielleicht einfach jetzt noch nicht kommen. Dass sie in Zukunft kommen wollen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Vor allem bei Mbappé. Mbappé liebt Real Madrid. Das ist offensichtlich. Klar ist er aktuell wegen dem Geld geblieben. Das ist so ein Spektakel gewesen. Darauf will ich jetzt erstmal gar nicht eingehen. Darum geht es auch in diesem Video nicht. Aber was ich grundsätzlich wie gesagt sagen wollte. Ist einfach, dass Madrid Haaland und Mbappé haben wir in Zukunft. Und alle Spieler die jetzt kommen. Sollen erstmal grundsätzlich Ersatz sein. Was Sturm und so betrifft. Und ein Kane wäre ein sehr sehr guter Ersatz. Als nächstes wird noch Kai Havertz gehandelt. Da soll Ancelotti Riesenfan von sein. Problem bei der Sache aktuell. Wie sich herausstellt. Die wollen zu viel Geld. Die wollen 60 bis 70 Millionen glaube ich waren es. Und das ist für Real Madrid viel zu viel für einen Kai Havertz. Was ich verstehen kann. Chelsea will viel zu viel Geld. Natürlich haben sie selbst viel Geld ausgegeben für Havertz. Das ist rechtfertigt für mich irgendwie nicht die Summe. Aber das ist meine persönliche Meinung. Aber grundsätzlich. Wenn man ihn noch ein bisschen billiger irgendwie bekommen sollte. Sollte man ihn auf jeden Fall holen. Er ist kein schlechter Spieler. Auch ein sehr variabler Spieler. Du kannst ihn im Sturm aufstellen. Du kannst ihn im ZOM aufstellen. Vielleicht sogar Flügel. Je nachdem. Also bei dem kannst du sehr sehr viel machen. Dann wird noch Roberto Famiglio gehandelt. Das wäre ein Free Agent. Also ein Dreierspieler. Der keinen Vertrag mehr hat. Sein Vertrag ist ausgelaufen. Beim FC Liverpool ist er ein kostenloser Spieler. Er muss nur Gehalt zahlen. Und das ist jemand der Erfahrung hat. Er ist 31 Jahre alt. Er könnte die Position einnehmen. Er ist Brasilianer. Was auch mal ein Vorteil ist. Weil man hat Vinicius und Rodrigo daneben an. Und die können natürlich mit einem Famiglio gut performen. Sie sprechen alle die gleiche Sprache. Das kann auf jeden Fall was sein. Famiglio wäre für mich eher aber tatsächlich ein Backup. Am liebsten hätte ich wirklich Kane. Und dann Famiglio als Backup. Wäre cool. Weil man braucht mehr als einen Spieler vorne. Das ist klar. Wer eine Zeit lang auch gehandelt wurde. War Jose Lu aus Espanol Barcelona. Ein Top-Stürmer. Aber der war eigentlich geplant als Backup für Karim Benzema. Er könnte für mich immer noch kommen. Aber wenn er kommt. Denke ich wirklich. Dass er als Backup kommt. Und er wird nicht der Star-Stürmer sein. Das glaube ich nicht. Und sonst werden aktuell noch sehr viele Namen genannt. Leute wie Joao Felix. Wie Karim Adeyemi. Aber für mich persönlich sind das nicht die schlauesten Stürmer. Beziehungsweise ein Joao Felix ist gut. Aber ist er als wirklicher Neuner aktuell gut? Ich glaube nicht. Und Karim Adeyemi war ich zwar als Person. Aber im Sturm sehe ich ihn nicht. Wenn dann links. Aber eher als Backup für Vini. Und dafür weiß ich nicht. Ist er mir vielleicht auch zu teuer. Und sonst hört man auch mal den Namen Mané. Bei Mané hätte ich vor zwei Jahren Ja gesagt. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher. Der Typ hat jetzt bei Bayern nicht wirklich performt. Hatte natürlich auch Verletzungspech. Und bei Bayern ist aktuell eh nichts gut. Es ist dort eher sehr toxisch gefühlt. Aber ich will nicht. Dass er mit dieser Toxigkeit zu Madrid kommt. Deswegen wäre ich jetzt auch dagegen. Und ja jetzt merkt man sofort. Okay fuck. Aber wenn willst du die dann holen? Und das ist aktuell auch glaube ich das Problem. Vielleicht zum Teil auf jeden Fall. Von Madrid. Der Markt ist aktuell halbwegs gut besetzt. Aber ich glaube Real Madrid fährt wirklich am schlauesten. Wenn sie Harry Kane holen. Dann ein Jose Lu oder Firmino als Ersatz. Ein Brahim Diaz behalten. Der soll dann rechts oder links spielen. Und vielleicht noch einen rechten oder linken Flügel. Einfach einen. Das ist grundsätzlich glaube ich für dieses Jahr gut. Die nächsten eins. Vielleicht auch zwei Jahre. Sollen ja sowieso eine Übergangsseason sein. Das heißt dass man erstmal mehr aufbaut für die nächsten Seasons. Für dann eben Mbappé, Haaland. In dieser Zeit sollen ja auch Modic und Kroos langsam vom Verein gehen. Neue Taktiken etc. sollen ausgetestet werden. Ancelotti wird dann auch ersetzt. Ancelotti wird sehr wahrscheinlich nur noch eine Season bleiben. Und danach ein Xabi Alonso. Ein Zidane. Ein nagelses Mann. Da gibt es viele Namen. Da wird dann jemand sehr wahrscheinlich übernehmen. Und dann halt was Neues schaffen. Madrid will jetzt den Sprung machen zu der neuen Ära. Und ich glaube wenn man jetzt nicht zu viel ausgibt. Fährt man besser als komplett in unnötige Spieler zu investieren. Und dann performen sie mir nicht wie ein Eden Hazard. Ich muss euch auch ehrlich sagen. Hazard hat mich schon ein bisschen verstört was das betrifft. Aber gut. Freunde. So könnte Real Madrid's Kader sein nächste Season. Das Video ist jetzt verdammt lange geworden. Vielleicht sogar das längste Video auf meinem Kanal. Ich hoffe euch hat es gefallen. Falls es euch gefallen hat. Würde ich mich wirklich sehr freuen wenn ihr den Kanal abonniert. Würde mich auch sehr unterstützen. Ansonsten lasst eure Meinungen zu den Themen. Zu den Positionen. Zu den Transfergerüchten etc. All das gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne diskutieren. Ansonsten war es das Video. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Bleibt stabil. Gesund. Und glücklich. Bis dahin.